Willkommen zum, ähm ja, nächsten Fangame Sonic Incursion, wir schauen uns natürlich an, es ist ein Spiel mit Unreal Engine und ja, es wurde entwickelt mit dem Sonic GTK, ist ja wahrscheinlich schon sehr bekannt, für seine Slow Motions, Slow Motion, mal gucken wie schnell es jetzt wieder geht, ich habe es schon getestet, also es läuft sehr gut, wir schauen es uns natürlich jetzt an, ich versuche es jetzt mit Controller mal zu spielen, ob es geht, Also, ja, gut, Settings, jo, an Controller ist aktiv, das ist doch für ein Arsch, Ah, ich spiele einfach mit Maus, ist optimist jetzt Okay, dann los, eigentlich muss ich mit Controller spielen, aber es geht anscheinend nicht Ja, na komm, jo, hab ich eh nie ein Fuck, Metal Sonic, nein So, und Da dann Verdammt, Ringe So, mal, Freunde So, nochmal Da, was will an Verstehe Verstehe, erstmal Und wie geht's weiter? Wir rollen runter Wow Ich bin jetzt so ein Rusher, ey, ich rushe nur durch das Spiel Ohne Scheiß Und geschafft Geht's da weiter Ich bin gespannt, ob's da weitergeht Ich weiß, wie er scheiß, wenn die Demo jetzt schon vorbei wäre Loading Ah, wir können weitergehen Wäre schon scheiße, wenn das jetzt schon vorbei wäre alles Weil ich hab jetzt irgendwie ein bisschen Bock drauf Komm So, dann da Dann da Und weiter Oh, kacke Schauen wir's da hoch Ja Wir sind wieder oben Verschneidet jetzt vom Boost, aber wir sind wieder oben Vorsicht Ja Hier müssen wir echt aufpassen Ich weiß nämlich nicht, was da unten ist Ich will's auch nicht wissen Da lang Der dritte Und runter Gehen wir da weiter Wo bringt uns das hin? Es geht wieder nach oben Oh Gott Fuck Fuck Wieso sterbe ich nur an allem Oder Wer dann einverletzt? Ich verstehe es nicht Ich glaube hier Noch mal Hoch Auch mit uns Perfekt Wir können weiter Wer ist das? Ein Bosskampf Okay Okay Nein Ich hätte auch keine Ringe mehr gehabt Jetzt wird mich halt wieder tickt Doch was ist das? Das ist das Was? Was? Jetzt müssen wir nur noch beziehen, komm Wow Oh Gott Er ist stark So, wie fällt er aus? Er ist down? Haben wir es geschafft? Jetzt geht's ab zum Ziel Das war Eck 2 Doch, haben wir es geschafft? Oh, da kommt noch was Das werden wir jetzt erfahren Aber ich sag mal so, der Bosskampf war nicht schlecht Mal so gesehen Oh, zählern, gar nicht bei so übel Und weiter Okay Nehmen wir einfach das Ding mal weg Loading Das spielen wir noch Das sieht doch noch was tollem aus Oh Gott, was passiert hier? Fakes! Du Scheiße Okay Das hat's in sich Wow Ich bin beeindruckt vom Spiel Oh mein Gott Wann hört der Alptop auf? Oh Gott Und ich wurde abgeknallt Dann war ich mal Nochmal versuchen Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Jetzt geht's ab Das Wolf wird zerstört Da, 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 da Da, 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 da Oh mein Gott Oh mein Gott Es ist so spannend Oh mein Gott Es ist so geil Ah Geschafft Komm her Was kommt jetzt? Wann kommt der nächste? Da 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 Oh mein Gott Wir müssen hier einfach nur weg Mein Gott Wann hört es mal auf? Lass mich doch alle in Ruhe Oh mein Gott Der Albtro wird nie aufhören Da sag ich euch jetzt schon Weil es wird immer weiter gehen Bis zum Ende Jetzt kommt Bosskampf Was ist das? So Ich hab Ah nicht reagiert Boah Hallo Du Scheiße Was ist denn hier los? Warum sind so viele Meta-Sonics? Was ist hier los? Das war Sandkassett Shorts Shorezone X3 Oh mein Gott Worum geht es eigentlich In dem Spiel genau? Das weiß ich selbst immer noch nicht Ist es die Invasion? Oder worum geht es hier? Loading Ja bevor wir weiterspielen Ich muss halt kurz was gucken 12 Minuten Schieb mal kurz intern Bis ich mal sehen kann Weil ich muss ja ab 8 Extended Zeit und Normalzeit Wir sind auch nur Normalzeit Also noch kann ich die Demo weiter aufnehmen Und wenn ich heute nicht so viel aufnehmen kann Von Den Sonic Fangames Wow Das war jetzt so richtig schlecht Gespielt Es geht immer weiter runter Oh Gott Das Spiel ist krass Na im Ernst Also Ich weiß nicht Ob das die Final Version ist Ist aber eine Demo Das weiß ich nämlich Und selbst der Demo hat irgendwo ihr Ende Aber ist schon beeindruckend Ja Es ist sehr beeindruckend Und das bei Sonic zu spielen Ist auch geil Aber ich finde die Grafik immer noch so geil Nein 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 Wieso Chaos Wieso Es ist doch zum Eulen Komm Gehen wir da drauf Und weiter geht's Und weiter geht's Oh yeah Fuck Da wurde ich getroffen Wir haben ja fast 50 Minuten Und ich sag mal so Wir gehen hier bei diesem Spiel auf jeden Fall Extenden Also Ist was Bock Tja Tja Hast du nichts Was zum Shooten Hä Tja Pech für dich Alter Hier gibt's ne 19 Auf der Stadt Ich glaub Ich glaub Der Checkpoint wird mir bald nichts verbringen Ich glaube wenn ich jetzt sterbe Ist es vorbei Ich soll also keine Dummheit mehr machen So Wop Ah Oh Gott Der kann blocken Verstehe Das sollte ich wissen So Du bist down Ja Nice Okay Das war jetzt Sehr knapp Ich weiß aber noch nicht vorbei Hammer Also ich will noch nicht Dass es vorbei ist Es wird bald vorbei sein Ich seh es Komm Nein 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 Wie ist zog aus Wie ist Es ist Nein Ich weiß nicht Da viel zeigen Aber Wieso Wieso Naja Jetzt kann ich nichts mehr dran ändern Ich muss ja wahrscheinlich Das noch bennen Ich glaub es euch trotzdem gefallen Sonic Irgendwo Gesehen Und Oder Ja Ich hab's dir Spaß gemacht Zu schauen Lasst eure Meinung In den Kommentaren nieder Und Ja Wir sehen uns im nächsten Game der Sonic Amateur Games Expo Bis dahin Und ja Emerald Kontroll